Hinter den Mauern dieses Mehrfamilienhauses in Essen spielt sich am Muttertag eine unfassbare Tragödie ab. Am Ende sind zwei Kinder tot. Nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten verlässt die Mutter zweier Kinder ihre Wohnung im Essener Stadtteil Krei. Sie übernachtet wohl bei Bekannten, die vier- und fünfjährigen Töchter bleiben bei dem Mann zurück. Dann geschieht das Unfassbare. Als die 31-jährige Frau am nächsten Morgen gegen sieben Uhr nach Hause zurückkehrt, lässt sich die Wohnungstür nicht öffnen. Sie wählt den Notruf. Die Feuerwehr öffnet die Tür und findet drei leblose Personen. In der Nacht hatte der Mann die beiden vier- und fünfjährigen Mädchen getötet, richtete sich danach selbst. Der 32-Jährige galt in der Nachbarschaft als aggressiv. Mehrfach war die Polizei in letzter Zeit vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.